Willkommen zu einer neuen Runde Uncharted 4, euer Transac hier am Mic und ich begrüße euch recht herzlich. Vielen Dank auch noch mal für euren super Support auf dieses Let's Play und wir wollen heute mal sehen, dass wir hier diese Hundertschaften von Leuten irgendwie loswerden gleich und wir müssen die Brücke noch runterlassen. Wie kriege ich das jetzt hin, dass sie mich nicht gleich sehen? Ich glaube ich lasse mich hier mal runter. Geh runter, geh runter, geh runter, so. Wie gehen wir das am besten an? Also so angreifen ist eigentlich nicht so eine gute Option. Wo sind die denn eigentlich alle? Hier oben haben wir nämlich so gut wie keinen Schutz. Kann man uns da runter lassen oder sind wir dann im Eimer? So. Hier ist es nämlich ein bisschen besser. Hier haben wir auf jeden Fall eine bessere Chance. So, ich geh mich... Da sind welche. Weg, geh weg, geh weg. Da ist irgendjemand. Wow, 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 wow. Der war da doch eben noch. Ich muss die... Oh, das sind so viele. Dann gucke ich mal von der anderen Seite aus. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Ratten. Oh, jetzt hätte ich ihn eben gut wegholen können. Der geht nach oben. Oh, der... Das war knapp. Ach, Schiete. Jetzt ist der nach oben gegangen. Ah, hier haben wir... Oh, jetzt kommt er runter. Er kommt runter. Jetzt haben wir gleich Chance. Kommt da lang. Er kommt da lang. Ja, jetzt haben wir Chance. Sehr schön. So, da ist auch noch einer. Den kann man durchs Gras holen. Schönes Ding. So. Der andere... Oh, der ist auch da hinten. Der läuft gerade so schön durchs Gras. Oh, oh, da ist noch einer. Okay, jetzt kann ich hier aber mal... Den haben wir schon mal. Moment. Was war denn? Was Interessantes? Hey, hörst du mich? Na, hole ich mir den jetzt auch? Wo ist der hin? Oh. Das war knapp. Schönes Ding. Eine AK. Ah, ich will lieber mal eine andere behalten. So, die haben wir schon mal weg. Den kann man markieren da hinten. Wie viele Viecher haben wir hier jetzt noch? Ist da oben noch einer? Ich habe hier irgendwie nicht so die Übersicht zur Zeit. Also, oben ist auf jeden Fall schlecht mit Schutz. Ich glaube, da ist jetzt nur noch der eine, oder? Oder noch mehr? Uh, bloß nicht da hoch. Nein! Was machst du denn? Ah, Schiete. Schiete, Schiete, Schiete. Das wollte ich gar nicht. Oh, oh. Schwein gehabt. Okay. Oh, oh. Da wollte ich gar nicht hin. Da ist noch einer. Genau. Den holen wir uns zuerst. Okay. Der hier jetzt gleich mal herkommt. Der guckt gerade weg. Ah, jetzt geht der da rüber. Schiete. So, haben wir da noch mehr? Jetzt kommt er wieder her. Ach, jetzt dreht der sich um. Oh, die sind schwer wegzuholen. Ich glaube, die kriege ich nicht mit. Kann ich nicht irgendwie pfeifen oder sowas? Der andere, der sieht das sofort, wenn ich den weghole. Oh, da ist noch einer mit einem Laserpointer, mit einer Schafpistole hier. Da, oh, da sind noch mehr. Okay. Okay. Den haben wir weg. Da oben ist noch einer. Shit. Oh, shit. Komm, 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 komm. Nochmal hoch. Shit. Den haben wir weg. Schönes Ding. Noch, da ist noch einer irgendwo. Okay, kümmern wir uns erst mal um den. Da oben ist noch einer. Okay. Hammer weg. Hammer weg. Okay. Geh mal runter. Runter, runter, runter. weiter. Dass der Typ dauernd im Weg sein muss hier. Wo ist der Typ mit mir? Da. Okay. Okay. Nice. Oh, shit. Wo ist der? Wo ist der Vogel? Oh, shit, 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 shit. Bin schon wieder angeschlagen. Runter, 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 runter. Komm rein, hier. Oh, die sind ja von, die sind ja überall. Wow, 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 wow. Weg, weg, weg. Shit, shit, shit. Wie viel sind das denn? Wie viel sind das denn? Das gibt's doch nicht. Oh, shit. Oh, shit, shit. Oh, ich bin schon wieder weg vom Fenster. Krass. Wie viel? Das ist ja eine ganze Armee. Da sind 100 Mann hier. Meine Güte. Okay. Der ist schon mal weg. Noch wissen sie nicht, wo wir sind. Können wir da auch nicht noch einen mit wegholen? Nee, mehr haben wir nicht. Rückt aus. Keine Gruppen bilden. Ich muss diesen blöden Laserpointer da oben wegkriegen. Können wir die hier nicht herlocken? Da oben ist noch einer. Da ist eben einer langgegangen. Den hole ich jetzt weg. Komm her. Komm her. Komm her. Zack, weg. Die hat mir deine... Der hat mich eben schon wieder fast gesehen. Noch zwei. Wir müssen die alle nacheinander ausschalten. Da hat uns, glaube ich, eben einer jemand gesehen. Da hat uns, glaube ich, jemand gesehen eben. Oh, sind das viele? Da kommt gleich einer. Komm rein hier. Komm her. Komm her. Scheiße, Mann. Mann. Schon wieder weg vom Fenster. Krass. Oh, shit. Oh, shit. Du hast auch keinen Schutz. So, jetzt muss ich hier vorne gucken. Mach es nicht noch schwerer. Mann, das gibt's doch nicht. Wie viel sind das denn? Schön unten bleiben. So, wow, 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 wow. Krass, wie viele sind das? Das ist richtig scheiße hier. Geht. So. Überhaupt keine Chance hier. Okay, dann haben wir weg. Der Kerl ist ein Scharbeer. Viele Gesächtchen. Scheiße, scheiße. Ich habe mal. Krasse Aktion hier. So. Wenn der Typ da mal verschwinden würde, dann könnte man sich da auch mal hinstellen. Oh, was ist das denn da? Oh, haben wir überlebt. Oh, Sullivan, du bist so nervig. So, okay, wir müssen uns hier mal wieder verpieseln. Zumindest haben wir sind wir schon mal ein paar losgeworden hier. Mann, Sullivan, ey, sag mal, was ist das denn für eine KI hier? Also, geh runter, geh runter. Die beiden sind auch ständig im Weg. Ich muss mir als erstes den mit dem Laser. Der ist am wichtigsten. So weit trifft der nicht, ne? Dass das mich gewinnen. Ich kann mich definieren. Wegchicken. Watch back. die folie wird wieder super lang hier da oben ist er haben wir jetzt haben wir ihn glaube ich jetzt müssen wir die brücke endlich mal runterziehen ja meine güte da kommt er nicht hoch so hier auf die kiste rauf jetzt kommen die brücke runter lassen suchen wir es noch mal die alte brücke endlich runterlassen ja sehr schön dass wir endlich weiterfahren können ja so da können wir uns ran mal gucken ob wir da irgendwas abgerasen können schön schönes ding hier kann man schon wieder was hat die karibik unsicher gemacht ist sie nicht im knast gestorben zumindest heißt es so in den geschichten ja mein lieben das war schon wieder die kurz ja das ist wieder eine extrem lange folge hier ich bedanke mich recht herzlich bei euch für das freundliche zuschauen wir sehen uns in der nächsten spannenden folge an chartet 4 wieder macht's gut und lasst ordentlich viele daumen da bis dann ciao 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 Vielen Dank.